Ja und viele Leute stellen sich jetzt die Frage, kann ein solcher antisemitisch motivierter Anschlag auch bei uns geschehen, zum Beispiel bei uns in der Region und darüber möchte ich jetzt sprechen mit meinen Gästen Rita Althausen, Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Mannheim, hallo, und mit Jörg Lewicki, Leiter des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt, hallo. Frau Althausen, vielleicht können Sie uns erzählen, wie haben Sie gestern von diesem schrecklichen Anschlag erfahren? Also Herr Adler vom Polizeirevier H4 hat mich informiert und mir mitgeteilt, was vorgefallen sei, obwohl zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz klar die Fakten auf dem Tisch lagen, aber es war Vorsicht geboten und mir wurde auch zugesichert, dass die Polizei jetzt verstärkt vor der Synagoge eingesetzt wird. Daraufhin bin ich auch in die Synagoge zurück, der Gottesdienst war gerade beendet. Ich habe die Mitglieder gebeten, in der Synagoge zu verbleiben, um sie über den Vorfall zu benachrichtigen. Im Vorfeld sagte ich, bat ich darum, dass keine Panik aufkomme, denn Angst ist ein ganz schlechter Ratgeber. Ich habe sie aufgeklärt über das Geschehen, soweit man darüber Kenntnis hatte. Wir diskutierten dann noch längere Zeit in der Synagoge, waren natürlich alle völlig bestürzt, zumal eben dieser Anschlag auch an Yom Kippur war, dem höchsten Feiertag der Juden, dem Tag der Versöhnung. Das muss man sich mal vor Augen halten. Versöhnung heißt, dass man sich auch mit den Menschen versöhnt, denen man im Laufe des Jahres Unrecht getan hatte. Da können wir vielleicht gleich mal einhaken. Sie sagen es selber, der höchste jüdische Feiertag. Frage an Sie, Herr Lewicki, welche polizeilichen Maßnahmen werden da normalerweise getroffen? Ja, also zunächst an dieser Stelle möchte ich auch nochmal meine persönliche Betroffenheit deutlich zum Ausdruck bringen, anlässlich des schrecklichen gestrigen Ereignisses. Und möchte hier auch klar nochmal kommunizieren, dass insbesondere auch für das Polizeipräsidium Mannheim schon eine besondere Herausforderung ist, dass jüdische Bürgerinnen und Bürger gemeinsam sicher mit uns in unserem gemeinsamen Land leben können. Insofern, bezogen auf Ihre Frage, kann ich vielleicht grundsätzlich vorweg das insofern beantworten. Nicht erst seit gestern haben wir beim Polizeipräsidium Mannheim natürlich im Umfeld israelitischer Religionsgemeinschaften ein sehr umfangreiches Maßnahmen- bzw. Schutzpaket laufen. Und dazu zählen eben auch ganz konkret Schutzmaßnahmen an Synagogen, konkret bei Gottesdiensten oder eben besonderen Anlässen, so wie es gestern eben einer war. Dort ist es bei uns standardmäßig, sowohl in Mannheim als in Heidelberg auch vorgesehen, dass während der ganzen Veranstaltung, im Vorfeld, während als auch in der Nachphase, permanent uniformierte Polizeikräfte vor Ort sind und eben auch nach außen symbolisieren. A, wir sind für euch da, wir gewährleisten den Schutz bzw. B, im Worst Case, im schrecklichen Fall, wie wir es jetzt leider auch in der Halle erleben mussten, um zeitnah interagieren zu können. Ich höre also, die Sicherheitsvorkehrungen sind gut, werden sicherlich auch so bleiben. Und Ihnen wünsche ich, Frau Althausen, dass Sie kein schlechtes Sicherheitsgefühl bekommen, dass Sie immer noch gerne auf die Straße gehen und wir hoffen alle, dass sich das nicht wiederholt. Ich danke Ihnen sehr. Vielen Dank.